Hier gibt es zwei Räume. Das ist alles. Da kannst du da rechts auf den 3F, 2F, 1F und so das Stockwerk auswählen. Oh, da gibt es den B1. Okay, da muss ich ja scheinbar irgendwie hinkommen. Frage ist halt wie. Du siehst ja, du bist auf 3F und musst auf B2. Ja, also ich muss runter. Exakt. Achso, B2LiK2Safe. Warum denn nicht? Ich springe jetzt einfach. Der hat mir den Tipp gegeben, dass ich springen kann. Mach ich nicht drauf. Au! Das ist auch mein Herz. Heu! Jawoll, da durch. Nein! Hat das nicht gereicht? Willst du mich verarschen? Ja was willst du denn? Das war das Nervigste hey 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 von Navi allerzeit. You can see down below that's where a piercing is. Ja schön, aber ich will doch wissen, wie ich da runterkomme. Ich versuch's einfach nochmal von weit oben zu springen. Das muss ja irgendwie klappen. Oder brauche ich dafür das Feuer? Hm. Man weiß es nicht. War das eigentlich auch auf der... War das jetzt ein Bug oder ist das normal so, dass sie so oft hey ruft, wenn man auf dem Netz ist? Das war ziemlich wahrscheinlich ein Bug. Hey 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 hey! Hab ich noch nie zuvor gehört. Wie gesagt, ich hab das Spiel mehrfach durchgespielt, inklusive 3DS. Aufdrücklich ist etwas. Sieh mich an! Hey! Hier! Sieh mich an! Gibt's hier noch ne höhere Stelle? Hm. Also ich weiß jetzt nur... Ich hab jetzt nur zwei Ideen. Entweder Feuer oder springen. Da ich keinen Bock hab noch mehr hoch zu rennen, hol ich mir mal ein Feuer ab. War das hier? Ja. Aber ich hab nur noch einen Ast. So und jetzt hast du gesagt, man kann das wegpacken, ne? Man kann das eh voll wegpacken. Aber dann brennt das nicht mehr. Achso. Du Penner. Nur damit du den Stock nicht verlierst. Weil du hast halt am Anfang echt wenig davon. Hm. Also wird's das aber nicht sein, glaub ich. Das kann nicht sein. Ich seh' dich schon, wie du dich hinein grinst. Blöd Mann. Das ist doch so einfach, denk das ich jetzt grad schon... Das ist doch gar nicht wahr. Das ist schwierig. Das sind halt die ersten Räsel im Spiel. Haaaaaaaaaah. Jawoll. Durch die Mitte und da ist er durch. Das war der Punkt. Du bist völlig in die Mitte gesprungen. Ja. Ähm... Irgendwas knuspert hier. Die Frage ist was. Ach da! Irgendwas knuspert. Oh! Äh... Wofür braucht man diese Dinger? Bitte? Diese Dinger da? Wofür sind die gut? Die kannst du eintauschen gegen Gegenstände. Okay. Da ist das meine Truhe. Ah! Du blöde Sau! Maaan! Ich wüsste halt wahrscheinlich schon rüberspringen. Dann knuspert schon wieder was. Oh oh. Lass mal diese Truhe da nehmen. Lass mich raten, ein Herz. Oh, wer hätt's gedacht! Blödes Missspiel. Lass mal umgucken, ob ich hier irgendwas übersehen haben könnte. Da ist der Mond. Siehst du ihn? Ja, ich seh ja den Halbmond. Wunderschön. Pau! 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 M-wüter mal! Sieht so scheisse aus. Was haben die denn da gemacht? Pfff... Sinnlose Symbole aneinandergereiht. Oh, man kann tauchen. Aber es scheint mir noch nichts zu bringen. Warum würde dir was nicht gemau... Dafür hab ich auch nen Fackel da angezündet. UGH! F*** NICE! Aber wie komm ich da hinten ohne... HA! Moment! Das muss ich gleich verklauern, dass ich nur bei der Eben... Da ist... Feuer! Das ist aber ziemlich hoch. Ich hab nicht... Feuer? Okay, das müsste funktionieren. Und ist es aus, oder? Das war ja klar. Ja, wenn du tauchen gehst? Ja. Wer konnte denn an, dass das Spiel so viel Wert auf Realismus setzt? Hehehe AAAAAH! Hier stimmt doch was nicht. Da komm ich wahrscheinlich wieder hoch? Ganz nach oben? Ja. Das will ich ja nicht. Hm. Wie komm ich denn da rüber? So schonmal nicht. Ich mit dem Stock. Put away. Hm. Also Sprenglücken scheint ja nicht zu funktionieren. AAAAAH! Ne. AAAAAH! Geht nicht. Hey Navi! Hilfe! Das ist jetzt etwas verwirrend. Verdammt! Warte mal. Kann ich hier nicht drüber laufen? Und dann... Okay. Das geht. Alles klar. Yeah! Zünds an! Ha! 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 Schleller! Oh, jetzt ist er abgebrannt. Was ist denn? Was ist denn? Ach nee! Wie konnte man nochmal blocken? Verdammt! Ach ja! Na komm, schieß schon! Entschuldigen die sich immer oder was? Ja! You will never beat me. I beat my brothers up ahead. Okay, die richtige Reihenfolge. Die Order ist 2, 3, 1. 23 ist Nummer 1. 23 ist Nummer 1. 23 ist Nummer 1. Die Übersetzung ist gut. Haben Sie so ein... So eine Eselsklucke nicht gegeben in der Deutschen oder was? Hm, doch. Aber ich... Sie ist glaube ich... Links vor rechts. Aber die goldene Mitte geht vor. Und nicht 23 ist Nummer 1. 23 ist Nummer 1. 23 ist Nummer 1. Lässt sich gut merken, ne? Ja. Das kann man sich besser merken. Oh. Jetzt bin ich ja wieder hier! Das kann nicht richtig sein. Au! Ach so, doch! Na klar! Da oben die 3 Spinnen meint er wahrscheinlich wahr. Du wirst mir kein... Du wirst mir nicht sagen, ob das richtig ist, wahr? Ich grinse in mich hinein. Jetzt gucke ich lieber hier nochmal. Ich will nichts vorsehen. Jetzt gucke ich mich hier nochmal kurz rum. Aber hier in dem Raum... ... Gibt's erstmal nichts mehr. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Was war das, Mike? Mike! Mike! Ich! Du hast dich geräuspert, Mike! Nein! Das war doch ganz klar ein... Das sehe ich völlig anders. Ich hasse dich. Du musst skypen und halt alles, ey. Also geht's in dem Raum weiter? Ich geh jetzt nochmal da rein. Nur weil du geräuspert hast. Du bist schuld. Sorry. Das ist wie als wir StarCraft gegeneinander gespielt haben. Und du hast gesagt, was war das? Ich hab gesagt, was meinst du? Und nur deswegen wusstest du, dass ich neben dir baue. Was hier passiert? So, die Tür ist definitiv zu ONAVI. Was möchtest du? Strong Ivan Barsar blocking the door Ja, ach! Ja! Dankeschön! Es ist gut, dass ich überhaupt hier drin bin. Jetzt schießt das Auge ab. Ah! Ahahaha! Dein Reusbrot zu verdanken. Scheiße ey, das war jetzt nicht ganz wichtig. Was? After you get into the water? For hold down. Ey, ja, okay, ich muss da drunter durchtauchen. Au! Tauch! Warte mal, da ist was. Was ist denn das für eine 2? 3, 2, 1... HA! Hab den Hebel gebrückt. Mächtig, mächtig. Mächtiger Badabumm. Oh ne. Das ist ja Zeit... Och ne. Ich prophezei, ich werde mehr als 5 Versuche dafür brauchen. Na komm, geh schon hoch. Komm schon. Ja, du merkst, man hat eigentlich genug Zeit. Ja, man hat genug Zeit, ja. Oh oh. 3... 2... 3... 3... 3... 3... Und zurück. Wie erschützt. Nein, nicht. Du blödes Drecksteil. Das wird mich doch hier runterstoßen. Nein, wirds nicht. Dämliche Kameraperspektive. Du blödes Drecksteil. Das war aber knapp, du. Stand next to this block in Crap. Oder von El. Ok, ja, ja. Damit zieh ich das scheiß Ding rein. Jaaa... Maaaaan... So viel zum Thema nervigster Spielcharakter ever. Ja. Aaaaaaah... Aaaaah... Hoor... Jetzt muss ich wahrscheinlich da hoch und kann dann da hoch springen. Ja, alles klar. Kurz nochmal gucken, ich will in den Raum auch nichts übersehen. Aber wenn ich was übersehen hätte, hätte der Mike ja geräuspert. Der Fehler passiert nur einmal. Ich hatte nicht gedacht, dass wir in Skype zerrotteln. Also ich bin dankbar dafür. Ich wäre nicht so zu den Spinnen hochgegangen, die versucht in der richtigen Reihenfolge zu töten. Ja, das wäre lustig gewesen. Ja, weil ich mindestens drei Versuche gebraucht hätte. Bevor du gemerkt hast, dass das falsch ist, ne? Du hast es...